Mit diesem Video möchte ich Ihnen heute den Einbau von einem Überspannungsschutzableiter Typ 3 für 230 Volt Installationen in der Endgeräteebene vorstellen. Zuerst erkläre ich Ihnen die Einbausituation, dann das Produkt und dann demonstriere ich Ihnen den Einbau. Zur Einbausituation, Sie sehen hier einen üblichen Kabelkanal in einem Bürogebäude, von dem Steckdosen aus gespeist werden. Der Überspannungsschutzableiter, den wir hier einsetzen, ist ein Fabrikat des Hauses Dehn. Die Bezeichnung dieses Gerätes ist ein Dehnflex M255. Durch seine kompakte Bauform können wir diesen in Unterflursysteme Geräteeinbaudosen oder auch wie in unserem Fall in Unterflur- oder Kabelkanäle installieren. Das Gerät hat eine akustische Defektanzeige, welche bei einem Defekt des Ableiters einen schrillen Signalton von sich gibt. Zum Anschluss finden wir bereits vorkonfektionierte Anschlussdrähte mit einer Länge von 12 cm. Der Verpackung liegt eine ausführliche Einbauanleitung vor. Bitte diese unbedingt beachten. Ich zeige Ihnen hier eine Standardsituation. Gegebenenfalls müssen Sie sich hier an zusätzliche Hinweise noch halten. Nun zum Werkzeug. Sie benötigen für diesen Einbau niedriglich einen Schraubendreher und einen Dustpull. Nun können wir mit dem Einbau beginnen. Schraubendreher Vorabschiede Schraubendreher Dekercüren Jäun Jäun Gott Jäun